Ich hab mal geträumt, dass ich Sex mit Marge Simpson hab. Ein Sextraum mit Marge Simpson, das war super weird. Wie passiert so was? Stell dir vor, ich wach dann auf, meine erste Frage war so, what happened? So, was hab ich dir gerade geträumt? Wie kommt das dazu? Mit Marge Simpson, einer Comicfigur von den Simpsons, die unsere Jugend, unsere Kindheit geprägt hat. Warst du zumindest gut? Schlimpse, die ich im Kopf hab, die gehen nie wieder raus. Warst in der Simpsons-Welt, warst du auch gelb und so animiert mäßig in diesem Traum? Vielleicht hab ich davor irgendwie im Simpsons geguckt.